Ha! Jetzt läuft sie nicht mehr! Was ist denn hier? Diese Mauselangsam Ja wo bist du denn? Ja wo bist du denn? Ja weiß ich doch nicht! Geht nicht mal durch die Tür! Hör auf Flashlight Mauselangsam Hier ist keine komische Hallo! Gar keiner Eine Sekunde So 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 Ha ha Guck mal da ist sogar zwei Mikrofone doof Ha ha Ja So wir gehen jetzt nicht lang Hallo Ja Wir brauchen noch ein Mikrofon So Du musst es ja wohl gespielt haben Ja du musst aber erzählen Ja ich bin grad mal Kapitel 1 Kapitel 1 Wie? Das ist Kapitel Ja Keine Ahnung wieder ne Aber wie passt das? Ja da steht irgendwas in Russisch ey Heiländisch Russisch Oh guck mal hier Das muss ich jetzt mitnehmen aber das ist ein falsches Spiel Kann ich aber nicht Kann es nicht mehr anehen Ich hab Pech gehabt Ich hab Pech gehabt Ein paar Süß Wie in der Luft schwebenden Ratten Berühren nicht mehr den Boden Okay Busch Busch Laufen Die beide erst auf 4 Ja Natürlich Ja Einjums Da wirst dich 100% Warte mal Du bist nicht Kapitel 1 Du bist Kapitel 2 Kapitel 2 Doch nicht Ne doch 2 Bei 3 war Blumen Da hat's wieder keine Ahnung. Bei diesem, ähm... Da war ich schon. Bin ich schon weggerannt. Ja genau, das spiel ich gerade. Doch man. Ja schön, dann kannst du ja weiterspielen. Sie sehen dir alle Räume gleich aus. Sind das alles Toiletten? Brauchen wir überhaupt Licht? Kein Licht an. Die ganze Zeit. Du guckst dir auch nicht die Gegend an, ne? Versteh ich nicht. Bist du so? Willst du dir die Gegend angucken? Guck mal hier. In den Toiletten bin ich nie reingegangen. Siehste, warum nicht? Toiletten. Okay. Nein, das ist schwierig. Da sag ich erst nix zu. Schlechte Erfahrungen an Toiletten gemacht. Doch, die sind recht nicht. Mal sauber machen. Stift. Weniger rauchen. Weniger rauchen. Noch. Minipack. Moin. Nicht ein bisschen. Du solltest mal nicht rennen. Das muss man mir mal sagen, dass ich mich bewegen soll. Immer wenn sowas kommt oder auf dich zukommt, musst du immer rennen. Immer am Ende jedes Kapitel. Das ist doch scheiße. Wer programmiert denn sowas? Bin nicht weg. Lauf nicht, will was erkunden und ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich weiß sogar, wo du rumlaufen musst. Ja, zurück. Weiß ich auch. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da ist rechts nichts. Da ist zu. Da ist wieder... Da ist wieder... Keine Ahnung. Ich werde hier vorne rechts durch die Tür müssen. Hier ist keiner. Schade. Rot. Können nicht weitergehen. Da vorne ist gleich Adolf. Auf jeden Fall musst du irgendwo drunter kriegen. Krieg ich nirgendswohin. Hier ist zu. Da ist er. Ich glaube Kapitel 3 war so. Da muss ich wieder zurückrennen. Dann kommt er zurück und dann gibt es irgendwo... Jopana Wrohblet. Rein. Rein wir sie nicht. Der ist Ding da wieder hin. Dann gibt es irgendwo, wenn du jetzt rennst, muss links irgendwas drunter... Brennt der und ja... Ja, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Ja, ich muss... Da ist... Nein... Ich hab links drin. Ja, er war links. Das ist zum Testen. Zack. Ausweichmanöver Delta Sieben. Geh mal. Ich weiß nicht wie es ist. Ja, doch du musst. Okay, das ist der richtige Weg. Irgendwie links... Lors reingehen. Links! es geht nicht er kommt daher durch die wand Du hast es bei dir. Bei mir ist es gar nicht mehr. Irgendwann muss diese Türen selber öffnen. Ich hoffe nicht, wenn sie zu schnell geht. Ganz einfach! Nein! Hier ist Ende. Da geht es nicht mehr lang. Ich wusste es. Ich hätte nach links gewusst. Ich wusste es. Können wir mal machen. Wer ist schuld? Wieder. Ja, genau. Du hast gesoffen. Nein. Doch. Das ist eine Katze. Aber nicht. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, ich habe die schon zweimal gesehen jetzt. Jetzt töte die, Alter, bitte. Äh, töte die jetzt bitte. Ich habe die noch nicht gespielt. Das ist... Nein, kann nicht sein. Ihre Schwester. Ich bin die Gestörte, die hier rumrennt. Aha. Noch nicht. Entweder du musst rechts rum, oder durch die eine Tür. Aber du musst immer nur durch offensichtliche Wege nehmen Das ist die meiste Richtung Schön Ich komme nach rechts Gehe doch nicht nach rechts Offensichtliche Wege, ne? Da musst du doch da Keine Ahnung Der hat mich noch nie getroffen Wenn man da an ihm vorbeigerannt ist Das hatte ich an der einen Folge da auch Mit dem Klo Der hat auch ausgetanzt Ja Deswegen auch schon eh drücken und durchspringen Ich mache hier keine Rituale Gibt's keine Geister Nein, es gibt keine Geister Gibt's keine Geister In Thailand, da gibt's keine Geister Doch keine Nicht ein einziger Würde ich jetzt gerne mitnehmen, bitte Danke In die Kille durchschneiden Dann ist Ja gar nicht der Geist Ja, ich bin wieder hier Moin Ich kann laufen und zwar ein bisschen schneller Am Ende heißt einfach mal warmer Okay Wie diese Brutamagamine Okay Müsst du euch eh drücken Ja, eh ist auf der Seite Irgendwie das Ich meine, da musst du geradeaus Aber da musst du dich mal aus den eh drücken Ich muss nicht eh drücken, ich muss nach links Jetzt nach links, aber dann geradeaus die Tür nehmen Ich sehe es jetzt schon Was siehst du denn, nix siehst du Ich muss mir die Augen aufmachen Ich habe den Namen, deswegen noch Ich muss dir die Augen aufmachen Ich muss geradeaus Warum muss ich denn da geradeaus Da ist kein eh Da ist zu, hast du gesoffen Ja okay, dann musst du da hin Ja okay, dann musst du mal von hier hingehen Mit dir Siehst du? Von wegen Chapter 3 Was ich gar nicht Ich glaube, da musst du das Ritual Der sieht ja auch schon aus wie so ein Thailänder Ein mit der dicken Der Art Du kriegst gar nicht, mein Junge Was los mit dir? Ich habe gesprochen Ich sehe meine Füße Bewegen die ganze Zeit Ihr könnt mich bewegen, bitte Scheiße Wir laufen Schwanz Warst du um diese Nein So eine Puppe Was habe ich denn mit Rama zu tun? Wer ist denn Rama? Wie ist das? Das ist doch nicht Rama Das ist irgendein besoffener Schlafender Wachmann war das Kann ich fotografieren? Das da? Ich kann nicht fotografieren Kann ich gar nicht Pull Mir geht nichts zu pullen Mir geht auch nichts zu pushen Wieder weg Ich bin das schon Hier ist die Tür aufgegangen Ich habe es genau gehört Ja Da waren wir in der Ratte Verlage Hallo Gibt es hier Alkohol? Nein Deswegen gibt es da bestimmt Alkohol Da steht Koffein Fix Desinfektionsmittel Da gehe ich nicht lang Ja Jo Keine Bilder Doch Das ist kein einziges Bild Geh da hin und guck nach dem roten Zeichen Siehste Da ist kein Bild Wer geht denn so weit in den Raum rein? Ja du Du sagst zu mir alles Ich muss alles durchsuchen Mach das nicht, ne? Ich habe das durchsucht Das war nichts wichtiges da Ja Ich bin ja ziemlich sicher Dass da nichts war Ja, ja, ja Jetzt nicht weiter Viel durchgespielt Bis zum nächsten Mal Dagen 피ction Er macht dein Handylicht, Ella Was los mit direez Dagen Er macht dein Handylicht, Ella Los mit dir Das ist kein Foto, guck. Das ist genau das gleiche. Ich lese doch nicht alles durch. Du kriegst eine Trophäe, wenn du das halt auskommst. Ja, ich krieg eine Trophäe, ist okay. Ich geh hier mal ein Telefon. Ich geh mal an, wie mein Telefon. Jeder, der das sieht, denkt sich natürlich kein schönes Rot. Nein, ich denke mir, welche Zahlen sind das? Scheißtelefon aus. Dem Ding hier. Ja. Da unten sitzt, wäre es viel interessanter. Nokia ist seitdem nicht einmal geladen worden, seitdem es rausgekommen ist. Fehlt wenigstens noch was. Ach, nee. Bist du dir da sicher? Nein, ich muss laufen. Ich will keine Leichen rausschieben. Will ich aber nicht. Move, irgendwas. Irgendein Movie ist da hier. Irgendwas mit Walking Out With Me. Ja, dann walk doch. Ich leiche da jetzt rein. Soll ich? Kann ich schieben, ich kann ziehen. Keine Ahnung, ne? Get item. Okay. Beruhigt euch. Meine Freunde. Beruhigt euch. Meine Leiche. Wer kommt da oben eigentlich dran? Bullen. Nächste Tür. Keine. Das war's. Du hast doch von Leichenschieben geredet. Ich musste ziehen. Sieben. Nein. Das ist nur hier. Hab ich doch schon. Komisch. Ich muss niemals. Schlüssel mitnehmen. Oder ein Alien. Okay. Da ist bestimmt was mit zu tun. Du bist schuld. Ja. Komm. Auf zu gehen. Gehen nicht. Bist du sicher? Geht's nicht. Weiter. Da gleich eine Leiche aus der Seitenwand raus. Geht's auch ein Schlüssel. Wecken gehen. Einfach war das denn? Einer. Bist du? Wecken? Ich hab mich da erschreckt. Guck mal. Hier steht noch eine. Tür. Was? Du erschreckst dich bei jedem Scheiß. Vielleicht. Doch. Bei sowas nicht? Nö. Hebe dich. Einer. Du erschreckt mich. Die Geräusche dazu. Geräusche, wenn das. Kommt jetzt hier was oder nicht? Danke, danke, danke. Hallo? Nein. No, I know. Halt hin. Mal kacken gehen, ne? Nein, gibt's kein Torette. Geht's kacken. Geht's aufs Klo. Völlig cool, das auf YouTube. Ich kann wieder Licht machen. Juppie. Ich geh aufs Klo. Ich kann das nicht lesen, also weiß nicht, wo das Klo ist. Da lang. Guck. Typ geht auch schon aus. Ich geh nicht aufs Klo. Können Sie gerne aufs Klo gehen. Nö, ich will da nicht hin. Schön. Kennst du nicht, ne? Ja, da erfährst du was über den. Da kommt wer. Da. Oh, er muss. Gibt's auch noch was, warte. Soll die rauskommen? Kriegt die ja, Garten genommen. Ich würde wieder etwas fragen, nur was fragen. Auch nicht. Das ist ja doof, deswegen kriegst du wieder ein eigenes Brot hier. Ich geh für Toiletten, ne? Was war ich jetzt auf dem Klo? Ich muss hier arbeiten. Hä? Strom. Einer Ernst? Okay. Dann halt Strom. Okay. Ja, ja. Hallo. 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 Ja, dann know doch. Ja, ab zum Toiletten. Dann gehen wir dahin und so. Bin, doofs. Da geht's nicht weiter. Du, ähm, nicht in das Kabel da laufen. Bin ich schon, danke. Hast du mich ja nicht vorgewartet. Ich bin nicht weiter reingelaufen. Du bist gleich auf die Stücke. Hast du den Typen auch... Hast du denn an den Räumen schon alle? Nein, ich bin jetzt gerade mein erster Raum, wo ich reingegangen bin. Ich kann da leider nicht rein, weil das zu ist. Ich bin ja da vorne. Da vorne ist eine ganz komische Sache. Ja, da vorne ist eine ganz komische Sache. Ich bin... Ich bin doch... Wir sind nicht... Wir sind nicht smoking auf jeden Fall. Ei, na? Ich bin... Auf dem Schacht gesessen hat er. Das ist... Nein, das ist aus... In rechts. Das ist ein Typ auf dem Schacht. Echt mal. Die muss kacken. Fressen du dich jetzt so an? Der Typ muss... Ist aber nicht. Wird nicht geschissen. Auch Typ ein, Kopf, Dürfen auf. Oben ist aus. Das ist nicht gut. Habt nur noch einen. Toll. Guck mal an. Mal kacken gehen. Alles. Du hast noch was übersehen. Was soll ich denn übersehen haben? Wie ist da... Da ist nix. Doch. Ein Zettel. Jetzt scheiß Zettel da. Was soll ich denn damit? Warum? Da siehst du, warum soll ich denn da mitnehmen? Oh. Ist kein Ritual. Wir gesoffen. Mach kein Ritual. So. Ich ritualisiere hier nix. Was? Lass den Alkohol aus dem Kopf. Was für andere Räume. Guck dir deine Räume an. Pass mich nicht an. Komisch. Hier war ich schon. Was haust du mich jetzt? Alles auf Band. Was, Hund? Guckt mich nicht an. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's vielleicht durch. Ja, und? Ist hier ein Schacht. Guck, was soll ich denn hier? Kannst du... Das ist doch ein Schacht. Ja nicht, ey. Schacht ist doch Toilette. Donnerbalken. Latrine. Kennst du wieder nicht. Was soll ich denn da? Du musst die anderen Räume da. Zu. Guck. Ich hab nichts übersehen. Da gibt's keine anderen Räume. Hast du... Nein, du hast irgendwas übersehen. Da ist kein Raum. Geh mal zu dem Raum. Der kann mich nicht rein. Guckst du? Guckst du? Kann doch nicht wahr sein. Ach, der ist gesoffen. Ich geh jetzt wieder zurück. Ich geh da vorne jetzt wieder hin und hau irgendeinen Typen aufs Maul. So. 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 Alles geklärt. Guck. Krieg ich jetzt lang. So. Und ich hab recht. Ah. Womit? Mit recht. Ist egal. Guck. Guck hier. Siehst du einen Zettel? Ja, mit Rosen. Rosen und Rot. Feilchen sind Blau. Die Banane ist Grün. Alles klar. Das merk ich mir. Bananen sind Grün. Weiß ich genau. Du hast doch was anderes zu mir gesagt. Du. Mach ja irgendwo auch mal Tourette. Sorry. Du Otze. Du Ascherloche. Komische Gefühle hinter mir. Ja. Was bist du denn? Gibt's nix. Keine Drogen. Gar nichts. Was mache ich hier? Warum? Was steht da? Oder dasselbe? Da war es so ein Grat. Mensch. Was war denn da? Eht. Ah. Ich hab geäht. Es wurde nicht angezeigt anständig. Das ist zu grau. Das ist zu undeutig. Ja. Ich verstehe es eben nicht. Was mache ich hier eigentlich? Äh. Bin da. Uh. Nein. Ich ritualisiere hier nichts. Lese lieber. Was mit Rosen so ein Rot. Feilchen so ein Blau. Banane ist Grün. Das weiß ich genau. Kerze. Eine Kerze. Ich brauch keine Kerze. Ich brauch Blut. Ich kann euch lesen. Ja dann such die Kerze. Und du isst nicht so laut. Wahr sein. Immer diese Fresser. War keiner. Knetert's nur laut. Hier ist keiner. Nicht. Der andere knetert laut. Gibt's keine Kerzen. War ich schon. Jetzt nicht durch. Auf zu gähnen. Ist ein Schacht hier. Bleib ich drin. Kacken. Rauchenklo geht nicht auf. Tut das. Kerze. Jetzt rauchen verboten. Ich darf keine Kerze haben. Die Tür ist zu. Ich möchte da jetzt nicht raus. Nein. Das ist jetzt Licht. Rot ist. Was leuchtet, macht es? Es leuchtet rot. Ist immer noch zu. Die Frau will alleine sein, ja. Der ist er. Doch der Tür, Mann. Er ist euch. Er ist eine Frau. Gibt's keine Kerze. Warum weißt du das nicht? Weil ich mir die Werke hole, die Kerze ist. Warum nicht? Das ist ein Quest-Element. Story gezogen ist. Ich glaube, du musst in einen anderen Flur. Die mach mich fertig. Anderer Flur war links. Ich habe eine gute Orientierung. Ich habe eine gute Orientierung. In dem Flur war ich schon. Nein. Was soll ich denn hier? Hier war ich doch schon. Hier war ich schon. Doch, da steht eine Kerze. Guck. Da ist eine Kerze. Was ist da? Warte mal. Das ist ein Radio. Ich habe nichts übersehen. Das habe ich schon angeklickt. Was ist denn links? Links. Was ist denn links? Was ist denn links? Schlüssel. Was ist denn mit dem Schlüssel? Master Key. Du darfst zu rächeln. Was ist denn jetzt so? Ich weiß nicht so, warum frisst der den ganzen Tag? Warum ist er so? Ja, ich guck doch die Blumen an, du Blume. Da ist er vor. Ich habe die Tür mir echt ins Gesicht gekloppt. Nein. Jetzt nicht. Ich habe sie nicht lassen hinter die Ohren. Ja, ich stecke gleich den Kopf rein. Und um Gurgeln. Keine schöne Frau. Was? Ich habe ein Halschen über eine Kerze. Die Kerzen sind grün. Kann man öfter ein Roll verwechseln. Brennt genauso schön. Leicht. Schaubleit, dann gehe ich halt wieder zurück. Will ich nicht. Säure. Nein. Warum? Einmal da eh und dann die Kerze. Einmal da eh. Mit meiner Kerze. Was soll ich denn anmachen? Er sagt das doch gleich. Geht nicht. Frau Blut. Echt? Willkommen. Nein. Da steht was. Nimm es mit. Da steht trotzdem Willkommen. Hm. Im Klo. Kann durch den Boden gucken. Können wir nicht hinsetzen. Och. Das ist so schlimm. Das ist ja auch Banane. Ja, ich gucke. Steht nichts. Warte. Nur noch. Hey. Zu dunkel. Fressen sind. Richtig. Ha. Alina ist da. Ha. Ja, genau. Nachts sind alle Katzen grau. Ganz wichtige Weisheit. Ja, ja, ja. So, hier. Ich kann mich jetzt eigentlich wieder bewegen. Ich muss mal pissen. Die Frau sollte weniger rauchen. Was könnte ich wieder oben sagen? Ja. Leicher. Warum liegt der Stuhl da? Nein, es liegt nicht. Guck mich nicht an. Geht weg. Was ist das jetzt? Bin ich nicht jetzt gelandet? Ich stand hier. Ich saß hier. Jetzt stehe ich hier. Warum? Game. Was ist das? Ich will nach Hause. Geh raus. Der macht so eine Schülle. Das scheiß Typ. Kenneck. Warum? Andere Seite. Geht doch andere Seite. Da war wer. Ich hab's genau gesehen. Ähm. Weiß nicht. Eventuell, dass du jetzt... Wie geil ist das denn? Du solltest da gar nicht hingehen. So, das ist ja keiner. Ich war eigentlich gewohnt, dass... Wenn hier steht, dass der dann so lang gelaufen kommt. Das ist offen. Ne, du musst nicht jetzt lang. Weiß ich nicht. Ich kriege eine Tür. Ja, hier ist keine Tür. Da ist eine Tür. Ist kein rotes Licht. Kann nicht sein. Ne, das kann nicht sein. Da kommen wir ja her. Ich war schon da, wo ich eben hingegangen bin. Warte, was hat's ab? Wir kommen dann wieder an. Da ist die Tür mit dem roten Licht. Warte mal. Geh mal ins Klo. Bringt nix. Bringt n Mädchenklo. Ihr darf nicht rein. Mädchenklo. Konntest da nicht rein. Bist du mich ein Junge? Nicht ganz verstanden bisher. Hm? Durch die Gegenpropeller und durch die Gegend rennen. Ja. Ich Junge, mach die ihn grad. Uhhhh. Roma! Wer ist er denn? Hat sie... Schon wieder. Bin wach. Moin. Ich bin im Stuhl angekettet und wurde vorher eben fast vergewaltigt. Du musst bei mir mal rumpeln. Möchte ich das? Geht. Oh, nicht genau, dass es geht, aber es geht. Es geht nicht viel. Autsch. Mein Kopf schmerzt. Ja, die Titten, die kennen wir schon. Das haben wir in der ersten Folge gezeigt. Alles klar. Wo war ich? Hast du hier nicht geguckt, ne? Ich war da ruhig.